Play to earn, also auf deutsch übersetzt spielen, um Geld zu verdienen. Nein, heute geht es nicht um das Thema Streaming, Twitch, YouTube oder sonstige Gaming-Themen von Influencer, sondern heute geht es wirklich um dich, wenn du unterwegs bist und ein bisschen Geld im Kryptoversum verdienen willst. Und zwar nennt sich das Play to earn. Das ist ein System, das auf der NFT-Basis basiert. Was NFT sind, das wisst ihr wahrscheinlich schon und zwar, das ist ja, sage ich mal, eine Tokenart in der Ethereum-Welt und von daher, wie funktioniert jetzt aber dieses Play to earn System? Ganz kurz erklärt ist es so, du kaufst zum Beispiel einen NFT oder bei manchen natürlich auch einen Game Pass, da gibt es auch unterschiedliche Systeme und dann spielst du einfach Spiele und durch das Spielen verdienst du Geld und dadurch wird natürlich hier dieses System anreizmäßig geschaffen, dass du immer mehr spielst, um mehr Geld zu verdienen. Ganz kurze Einschätzung über Chancen und Risiken. Chancen sind natürlich relativ einfach, denn du hast wie immer zum Beispiel dein Handy dabei und mit deinem Handy kannst du relativ einfach Geld verdienen. Auf dem Handy ein bisschen, ja sage ich mal, Geld verdient und damit natürlich auch den Urlaub vielleicht finanziert, ist ganz gut möglich. Wenn du regelmäßig zockst, irgendein Spiel, was es ja auf NFT-Basis einige mittlerweile gibt, kannst du an der Stelle natürlich auch ein regelmäßiges, stabiles Nebeneinkommen aufbauen. Risiken auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen, ist eine Handysucht und natürlich die Abhängigkeit von dem Gerät und potenziellerweise auch dann, muss man aber sagen, im aktuellen Umfeld das große Risiko, dass deine Assets zum Beispiel, wie es aktuell ist, im aktuellen Umfeld plötzlich abtauchen, wenn der Kryptomarkt dann bergab geht. Wie viel kann man verdienen, muss man ganz klar sagen, das ist ein Massengeschäft. Denn es ist natürlich auch, wie ich vorher schon gesagt habe, abhängig davon, wo steht der Bitcoin oder natürlich der entsprechende Wert, auf dem das durchgerechnet wird. Hier natürlich überwiegend Ethereum-Basis, aber grundsätzlich, es ist abhängig vom aktuellen Kurs. Wenn die Kurse oben sind, dann verdienst du natürlich relativ schnell sehr viel Geld. Ist aber auch da wieder abhängig davon, wie viel Zeit du damit verbringst und vor allem auch, welche Abhängigkeiten im Spiel bestehen. Es könnte aber auch sein, dass du pro Game natürlich hier bloß wenige Cents verdienst und es mehr Game ist als Money. Wichtig ist natürlich, du kannst hier auf jeden Fall schon ein gutes, stabiles Nebeneinkommen aufbauen. 100 oder sogar manchmal 1000 Euro pro Monat sind möglich, aber natürlich mit dem Risiko immer in Abhängigkeit vom jeweiligen Kurs. Aber welche Anbieter gibt es denn? Um mal ein paar zu nennen, gibt es zum Beispiel Sorare, Axie Infinity, dann natürlich Big Time oder Illuvium oder The Sandbox, Derby Stars, Decentraland oder weitere Anbieter. Denn auch da ist es so, diese Liste ist keinesfalls abschließend. Es kommen immer wieder neue dazu. Interessiert dich das Thema Play-to-Earn? Dann schau dir auch zum Beispiel mal unseren Kryptokurs an auf www.steuer-mit-kopf.de Denn da erfährst du alles zur steuerlichen Situation von Kryptowährungen. Du willst mehr von Steuern mit Kopf? Dann schau gleich mal vorbei auf steuer-mit-kopf.de Mit unseren Online-Kursen und Fachbüchern erklären wir dir die Welt der Steuern. So einfach wie nie. Individuelle Steuerfrage? Auch kein Problem. Buche jetzt deine 30-minütige 1-zu-1-Online-Beratung bei mir oder einem anderen Steuerberater aus unserem Team.